Danke, dass ihr wieder reinschaut in unsere sogenannte Montagsandacht oder auch Andacht der Woche genannt. Wir haben heute eine Andacht unter dem Thema vom Geist in die Wüste geführt. Das Wort dazu steht in Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Wie können wir im Glauben wachsen? Antwort, indem wir uns im Glauben üben. Und dabei ist der Herr, unser Gott, unser Übungsleiter. Er führt Übungen des Glaubens mit uns durch. Und das tut er, indem er beispielsweise Stürme in unserem Leben aufkommen lässt. Wie bei den Jüngern auf dem See zum Beispiel. Leider hatten sie diesen Hintergrund noch nicht verstanden, weshalb sie in Panik verfielen. Wenn wir aber verstehen, dass unsere Schwierigkeiten letztendlich vom Herrn selbst arrangiert werden, damit wir an ihnen geistlich reifen und wachsen sollen, dann fühlen sich unsere Nöte plötzlich ganz anders an. Denn dann erkennen wir einen echten Sinn in ihnen. Wie beim Krafttraining ein guter Muskelaufbau durch Widerstand erzielt wird, so gelangen Christen auch durch Widerstände im Leben zu geistlicher Kraft. Und bei diesem geistlichen Trainingsprogramm setzt Gott widrige Umstände, böse Menschen oder sogar den Teufel mit ein. Schauen wir einmal, wie die Bibel die Versuchung Jesu beschreibt. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt, auf das er vom Teufel versucht würde. Nicht der Teufel zerrte Jesus in die Wüste. Und der himmlische Vater konnte das leider nicht verhindern. Nein, Gott selbst führte ihn durch den Heiligen Geist auf das Feld der Versuchung, damit er dort weitere geistliche Übung erfuhr. Wichtig ist festzuhalten, dass es nicht Gott war, der Jesus versuchte, denn er versucht niemand zum Bösen, sagt die Bibel, sondern der Teufel war es, der ihn versuchte. Gott führte ihn lediglich in die Versuchung hinein. An dieser Rollenverteilung erkennen wir, dass der Teufel niemals nach seiner eigenen Willkür einfach so über uns herfallen kann. Er kann es nur, wenn Gott eine Schulung mit uns vorhat. Der Böse ist nicht autonom, sondern ein von Gott abhängiges Geschöpf, das dem Allmächtigen ungewollt zu Diensten stehen muss. Wenn wir diese Hintergründe hinsichtlich unserer Lebensstürme erkennen, verlieren sie ihre Schrecken. Wiewohl sie schwer und bitter sind, wissen wir dennoch, dass es unser Vater im Himmel selbst ist, der uns in sie hineinführt, uns aber als Überwinder und reich gestärkt aus ihnen hervorgehen lässt. Und schließlich heißt es nicht nur von Jesus, sondern auch von dir. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ich weiß nicht, in welchen Anfechtungen und in welchen Bedrängnissen du dich heute oder gerade in diesen Tagen befindest. Denk daran, Gott ist dein Trainer und er schenkt dir diese Zeit, dass du in ihr und an den Schwierigkeiten reifen sollst, stark werden sollst und Sieger sein sollst und die Urkunde erlangst, den Siegespreis. Preis dem Herr.